Packende Ringer-Reportage präsentiert von folgenden Firmen. Die Ringer-Reportage präsentiert von folgenden Firmen. Die Ringer-Reportage präsentiert von folgenden Firmen. Die Ringer-Reportage präsentiert von folgenden Firmen. Der Gianni hat das Duell genau unter die Lupe genommen und fundiert analysiert. Der Gianni meint. Die Ringer-Reportage präsentiert von folgenden Firmen. 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 und so wird der Schattobias auch nicht gut haben, auch nicht die Chance haben, dass die Super-Geräusche sehr gut bekommen. Der Gesamt-Resultat hat die Verloren gegen die Kriessen von 15 bis 15 bis 15. Friant gegen Einsiedel, die erwarten Friant nicht viel riskieren, dass die starke Mannschaft aufstellt, nicht alles voll aufstellen, aber mindestens so stark für die Mannschaft sicher gewinnen. Und da auch zu mir ein Überraschungs-Sieg auf der Einsiedelsseite für 80 Kilo Greco. Ich würde schon gerne verloren gegen Kaiser Matthias, klar, nur 2 zu 1. Einzelpunkten, das sind 2 zu 1 für Mannschaftspunkte auch. Und Buker-mäßig eine neue Riege, aber eine neue Riege ist immer noch ein hundertprozentiger Hit und Match auch geben. Alle andere Match nicht viel über große Überraschung bringt und wie erwartend relativ hochgewinnt für Ream, das 25-23 hängt. Dritte Kampf, Wirisau gegen Schaddorf. Das ist ein, muss ehrlich sagen, eine bitterer Interlage auch für Schaddorf, wegen Wirisau, er gewinnt alle 10 Kampfs, auch nicht alle Tage für Nazi A. Aber ich habe für das Gefühl, dass alles reserviert und alles probiert für die letzte Runde für Schaddorf, gegen Helgisui. Das ist überlebenskampf für die beiden Mannschaften immer noch möglich für Halbfinale zu machen, aber gleich halb für die Möglichkeit für Rockstreak zu unten machen und verroren. So gewinnt für Wirisau um 32 zu 6. Wie erwartet, gewinnen die drei stärkeren Mannschaften deutlich gegen die drei schwächeren. So, Hergisui gegen Krieser mit 10 Punkte Unterschiede, 15 zu 25. Einsiedler mit 12 Punkte Differenz, 25 zu 13. Und eine bittere Niederlage von Schaddorf gegen Wirisau, 32 zu 6. 26 Punkte Unterschiede, aussergewöhnlich für den NLR. Das meint der Jonny. Und was meinst du? Schreib uns deine Meinung auf YouTube oder Facebook und liess, was andere geschrieben haben. Spannend! Bereits am Samstag trifft Hergiswil auf Schaddorf. Es geht um nichts Geringes, also um die Abstiegsrunde oder um ein Halbfinal. Wirisau reist nach Einsiedler und Krieser ins Freiamt. Wer gewinnt, nicht verpassen die Prognosen von Jonny demnächst auf diesem Sender. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert. Wer gewinnt, nicht verpassen die Prognosen von Jonny. Du bist in den Jäuern. Wir sind nicht in der Zeit, alle Wachstagen. Wir sind in die Zeit, alle Wachstagen im Differenz und Verkundigen. Wir sind die Zeit, alle Wachstagen im Differenz, und die tijd, alle Wachstagen im Differenziefel. Meine Güte für den Jäuern. Wer gewinnt, immer mehr Wachstagen im Differenz, Ja, auch meine Güte für den Jäuern. Wer gewinnt, immer wieder Wachstagen im Differenz mit Differenz, Vielen Dank.